Und ich kann mich noch erinnern, also man kann ja jetzt mal ganz darüber reden, über solche Sachen, wo sie relativ bedeutungslos sind, aber als ich frisch ins Politbüro kam, als Kandidat ins Politbüro und verantwortlich war für Berlin, da haute er mich schon in den ersten Tagen mal an, also dass da an der Protokollstrecke, die Verband das ausführte, oben im Weißensee an einer Ecke die Kacheln abgefallen seien von einem Bäckerladen. Das war unmöglich oder sowas. Und da war ich etwas natürlich betroffen. Also das war so typisch für ihn. Das hat ihn im Grunde überhaupt nicht an, aber er war so der Oberwächter für alles. Und diesem jungen Schnösel, also jung in Anführungsstrichen, denn ich war ja damals auch schon so an die 60 oder stand davor, also der musste erst mal angepfiffen werden, damit er merkt, wer hier das Sagen hat, der Generalsekretär macht zu den Bemerkungen, aber er macht die Bemerkungen. Also das war so ein bisschen typisch für ihn. Er hat ja noch andere Sachen neben, wo er sich dann so ein bisschen aufspielte. Das legte sich dann erst, nachdem ich dann auch begriff meine eigene Position und ihm dann ganz trocken bei so einer Gelegenheit mal sagte, du pass mal auf, lass das mal meine Sache sein. Ich kümmer mich schon darum. Ja, haben wir uns verstanden und dann war der Fall erledigt. Also wenn man ihm also etwas in dieser Richtung zu verstehen gab, dann spielte er sich nicht unbedingt mehr auf. Was der Grund dafür war, es könnte sein, dass er sich dann sagte, wenn der so reagiert, dann hat der möglicherweise bei dem Honecker einen Rückhalt, sonst würde er sich mir gegenüber vielleicht nicht so aufnehmen. Kann sein, dass er so dann gedacht hat und sich etwas zurückholt. Ihr könnt aber auch von Honecker selber nehmen, also eine Bemerkung, also wer hat das gesagt, Erich? Aha, naja, also dann, so ungefähr hat er nichts weiter kommentiert, sondern ist dann überirgend zum nächsten Ding. Und aus solchen Sachen können sie den entnehmen, also wie es um das persönliche Verhältnis von beiden bestellt ist. Und sie selber ziehen für sich dann auch in einer solchen Situation, falls er sie dann nochmal anfaucht oder dergleichen, also auch eine andere Position.